Kann ich mir hier irgendwas vom Amor nehmen? Nee, ne? Also von der Ritterrüstung. Ist hier vielleicht noch irgendwas zu sehen? Die Tür. Ich habe hier noch... Ah, Magnet. Das habe ich ganz übersehen. Ich mag Züge. Dann tippeln wir mal nach oben. Ich frage mich, ob man mal auch ihr... Ich weiß nicht, wofür das ist. Ihr Gehirn mal auf... Vor allem, wie sieht ein Magnet denn aus? Dass man ihr Gehirn auch mal aufziehen muss. Also es sieht zumindest mal so aus, als wäre das fürs Gehirn da. Zum Denken. Nein, wo gehst du denn hin? Nein! Was ist das für Geräusche? Ich habe den Dings gar nicht. Ich habe den Dings gar nicht. Okay, dann lesen wir mal die Note. Wieso muss er immer so viel schreiben? Vor allem hat er hier... Warum hat er hier so einen Riesenabsatz gemacht? Ich sehe jetzt, dass meine suspicions sind, dass meine suspicions sind, dass sie gut gegründet wurden. Echt? Albert aimed in die wronge Richtung. Belladonna ist nicht sehen, dass sie eine andere Mann sehen. Sie sehen eine Frau. Was? Ich bin convinced, dass es die Maid muss. Claire, oder was er her name might be. Sie und Belladonna sind auf zu etwas. Ich bin sicher. Und zu denken, all die Hörer sind, ich bin da hier. Cauchte in meine Dreadful Arbeit, leaving sie frei zu roam, und leften zu ihren eigenen... Devices? Upstairs? Devices? Okay. Of course, they have found each other only living things in this world, in this whole castle besides me, and my weak, long rabbits. Hallo? Dann kümmere dich halt einfach um deine Frau. Und ich bin mir sicher, die hat nichts mit der Maid, mit der Putze. Vermutlich unterhalten sie sich nur. Und die Putze versucht... Also die Putze, das ist gemein, das tut mir leid. Das Hausmädchen versucht nur, sie ein bisschen aufzuheitern. Du solltest dich eigentlich um sie kümmern. Das finde ich ein Drecks, ihr Mann, ey. They have it all figured out. When I come up at night, they act all innocent, keeping their mutual secret from me as playful game. But as soon as I descend it into the laboratory, they are in each other's arms again. But what can I do? The progressing of events are beyond my control, just like my work. I slave away in my ghoulish and die and 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 making progress every hour, but never getting anywhere, and sim 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 multan ach doch, multan nisly meladonna slipping away from me further and further for every night and yet nothing ever changes. Dann kümmere dich halt drum, du Penner. Dann komm aus deinen beschissenen Laboratorien da raus und kümmere dich um deine Frau. Alter. Should I confront them? Storm up there, hoping to catch the two in the act? Take back the life that was mine, the wife that was mine? No. I have no reason for my silly suspicions, nor evidence, whatsoever, merely a thought stuck in my brain, refusing to leave. So I remain passive, as always, and each new day is one more where I am, unable to make an action. Unable to change my wretched situation. One day nothing changed. Ernsthaft, Junge. Anstatt mal was zu machen, ja, verkriechst du dich lieber weiter in deinem beschissenen Labor und überlässt alles einfach weiterhin, keine Ahnung, niemand und nichts und Boah, so Typen habe ich ja echt gefressen. Da könnt mich mal. So, ja, aber jetzt. Nein? Warum denn nicht? Back to the basement. Ich möchte aber nicht wieder ins Basement. Ich möchte hier eigentlich raus. Muss ich das absiegen? die Dinger sind so schwer zu greifen. Hm. Warum das jetzt? Achso, weil ich das nicht in der richtigen Reihenfolge gemacht habe. Entschuldigung. Ist das unser Göttergatte da auf dem Foto? So. Okay. So viele Zettel. Oh, haben wir einfach mitgenommen. Lukas von Trauerschloss. This must be the ashes of Wolfram's Son. Trauerschloss. Ich liebe es, wenn Amerikaner versuchen, deutsche Namen auszusprechen. Ich trinke noch mal kurz was. Finde ich aber irgendwie interessant mit diesem, mit diesem Mörtel hier. Mörtel und Stößel, Stößel, heißt er, glaube ich. Ähm, dass er sagt so, ja, ich brauch's jetzt nicht, aber ich, äh, wenn ich's mal brauche, dann weiß ich ja, wo ich's finde. Und steck nicht einfach ein. Alter. Hat er eine ganze Biografie geschrieben? Ich werd das heute nicht mehr fertig kriegen. Ah. It is clear to me what I must do. I'm now convinced beyond any reasonable doubt that my wife is unfaithful. Wirklich. Der still hided very well her and that housemate. But my logical mind tells me there is no other explanation. For countless hours I have pondered the situation situation and the more I think about it the more certain I become that my judgment is correct. These countless hours are hours I could have spent thinking about my work. It is clear to me that I will never be able to fully concentrate on the puzzles at hand as long as my thoughts keep creeping back to my wife and her new lover. This is the story of my life. this is the very reason that my research is progressing at such agonizingly slow pace. So it is clear to me what I must do. Belladonna herself is the person who I want to back into my life so I cannot punish her. That leaves her lover the young maid. She is unimportant and it is and it is she that must go. I should fire her and throw her out of the household but I fear this would not resolve anything. The two of them would still know of each other and they could write secret forbidden love letters or meet up at scheduled rendezvous. Now it is clear to me what I must do. I must get rid of the maid for good. A plant is already taken form in my head in the greenhouse out back I keep a lot of plants and herbs one of the specimens I have is called deadly night shade ah der tödliche Nachtschatten hab ich auch schon irgendwie der tödliche Nachtschatten ich glaub das wird doch beneidbar vor christmas benutzt an interesting plant with many medical uses but its renown comes from the fact that its extract is lethal already at small doses preparing a powder from this from preparing a powder from this poisonous plant is not at all problematic getting the victim to ingest the dose will be a challenge but I expect to have ample opportunity they are not aware I know the truth and those suspects and thus suspect nothing the maid will fall ill and within a short time she will die of seemingly natural causes no one will be the wiser concerning the true circumstances of her demise not demise deadly nightshade is merely the common name for the plant its scientific name is Atropa Belladonna the symmetry strike strike strikes me as beautiful the poor girl stayed too close to the belladonna and that would be the death of her okay er möchte die maid also vergiften denn er ist sich super hundertprozentig sicher dass sie und seine belladonna ein verhältnis haben und er kann sich nicht auf seine arbeit konzentrieren weil er sich ich habe so irgendwie das Gefühl dass versehentlich belladonna das gift genommen hat und nicht die haushälterin oh okay es hat doch die arme haushälterin getroffen Gott der Typ ne ich gehe davon aus ja innocent wie ich bin dass die Frauen sich einfach nur angefreundet haben belladonna hat ihren Sohn verloren ihr Mann kümmert sich einen Scheißdreck um sie ja und die haushälterin war halt da und die haben sich mit Sicherheit super gut verstanden denke ich einfach mal als Freunde ja und wenigstens hatte sie dann jemanden zum interagieren weil ihr Göttergatte sich ja lieber unten in seinem Labor einschließt und Vergiftungspläne schmiedet she is passionate and irrational raging all day and crying all night raging doch oder raging von rage bethlem bethlem kenne ich nicht alter was für ein arschloch ja die gewöhnt sich da schon also man sollte ja meinen die hätte sich mal daran gewöhnt dass ständig Leute um sie herum sterben alter aber in all sincerity i don't believe she was ever as affected by the death of our only son as i was ich dachte du hast das gut überwunden i also suspect that she might have guessed i had something to do with her lovers demise if she wouldn't talk to me before now she yells and barks at my every movement i hardly leave my laboratory these days even i even have a small bed down here where i sleep the few hours when i'm not working all the while she prowls around upstairs like a hungry tiger and attacks me over futile nitpicks as soon as i poke my head out what what to the love we shared when we married we were going to live together in her inherited castle we were going to have children together now all i get is abuse in a cold bed in the basement all i want is for nothing to go back to the way they were before all this ja dann hättest du hättest halt mal darum gekümmert du hast doch der jenige der sie im stich gelassen hat und scheinbar ihre freundin also ihre freundin freundin nicht girlfriend freundin umgebracht hat was ist der von trauerstein äh trauerschloss hier ist schon mal der zweite kerzenhalter mission candlestick and it seems to be the murder weapon there something in his pocket it it is he kept in the pocket closest to his heart i wonder what it unlocks hmm oh no much arne there is letter clutched in hand his final words or clue by the killer Warum ist hier so viel Text? Gott, die Musik ist gerade so loud. This is consistent through many different species of animal. I have noticed something in particular though. The returned creation seems strangely vacant and sluggish. It is as if although the body is brought back to life, the soul is forever lost. The creation is perfectly functional in response to stimuli just as if it was truly alive. But the mysterious spark of will seems to be missing. I know no other way to describe the phenomena. This bothered me before, but now I cannot help to think that this might suit my needs. Isn't it precisely the strong will of my wife that is causing all my problems? There is no need to poetic with flowers this time. I am in no short supply of lethal substance in the laboratory and poison suits my needs well as it leaves no physical trauma on the body. I will still need to make Inctions in the corpse to replace the eternal organs with clockwork parts. But stitching together surgical cuts is much simpler than trying to repair unhealed bodily damage. The integrity of her visage is a priority to extinguish Belladonna's current life and give her a new one to bring her body and mind back minus soul and free will. A beautiful, obedient, automaton and mechanical doll with all the functionality of a woman, Batu is responsive and thus what she is told that that might be a future reader would truly be something. I think it is high time I tried my re-refection process on a human subject. Okay. Also. Nachdem er die Haushälterin umgebracht hat, ist seine Frau in seinen Augen eine Bitch geworden. Also sie, sie, ähm, sie, ähm, sie, ähm, wie soll ich das sagen, ähm, sie, ähm, sie, ähm, sie keift ihn nur noch an, sagen wir es wie es ist, sobald er sich zeigt. Er hat das Gefühl, dass sie herausgefunden hat, dass er an dem Tod schuld ist. Und seine Lösung für das Problem ist, seine Frau umzubringen, ihre Organe durch ein Uhrwerk zu ersetzen. Damit ihre Seele und ihren starken Willen, ja, soll ich mal sagen, verpuffen zu lassen, denn er hat herausgefunden, wenn er die, diese Tiere wiederbelebt hat, sie, sie reagieren auf Stimulation. Aber dieser, dieser Spark, dieses, dieses Besondere der, der Seele wäre nicht mehr da. Und genau das will er, weil ja ihr starker Wille das Problem ist. Also das Problem, also, der, der, der Grund seiner Probleme. Deshalb möchte er einfach eine schöne, ähm, beautiful obedience, eine schöne, gefolgsame und mechanische Puppe haben. Mit allen Funktionen einer Frau, aber die nichts aus, aus freien Stücken hat, die keinen freien Willen mehr hat. Klingt nach der perfekten Ehefrau. Sarkasmus intended.